Süße, vertraute Blicke, eine herzliche Umarmung. Wer sind denn diese beiden hübschen und auffallend gut gekleideten Damen? Es ist Elena von Spanien, Schwester von König Felipe, zusammen mit ihrer Tochter Viktoria. Gemeinsam treffen sich die 57-Jährige und ihr ältestes Kind bei der Autumn Bull Fighting Messe in Las Ventas bei Madrid, die das Ende der Stierkampf-Saison markiert und eine alte Tradition darstellt. Ist da nicht der quietsch-orangene Anzug von Elena etwas mutig? Wohl kaum, denn die Herzogin von Logo nimmt natürlich weit oben auf der Tribüne Platz. Die 21-Jährige hingegen setzt auf dezente Farben, ein weißes, langes Blusenkleid mit Puffärmeln und eine coole, lange Weste in Grau darüber. Die Cousine von Kronprinzessin Leonor und Infantin Sophia trägt außerdem ihre schwarze Wallemähne offen. Ja, sie ist wirklich ein echter Hingucker. Ihr lässiger, filigraner Schmuck und das kleine Tattoo am Unterarm geben dem Look noch eine Portion Coolness dazu. Wow, hier ist eine echte Fashionista am Werk. Doch auch bei Mama Elena erkennen wir den grunden Schmuck wieder. Ob sich Viktoria also hier und da bei ihr ein paar Mode-Tipps holt? Bestimmt, denn auch die Zweifach-Mama beweist mit diesem coolen Zweiteiler und dem Sonnenhut, die Spanierinnen haben in Sachen Mode eben einfach den Dreh raus. Und dann schaut euch an auf alle W fluoresz. Bis zum nächsten Mal.